hallo hier ist der muho im anschluss an das video über kin hin noch einmal in voller mönchsmontur zu sehen für alle die wollen dass der muho sich auch so anzieht wie man sich ein zen meister aus japan vorstellt und falls ich alleine nicht reiche hier habt ihr auch noch den stommel noch einmal der euch zeigt wie man so sitzt heute wollte ich auf ein sehr interessantes wie ich fand feedback eingehen dass ich aus der schweiz bekommen habe von einem unterstützer aus der schweiz und er schreibt mir unter anderem das folgende ich selbst praktiziere seit einigen wenigen jahren zen in der sanga einer anderen zen linie also nicht in der zen linie von savaki roshi aber hierbei erfahre ich die radikalen zielgerichteten erfahrungen von kodo savaki als äußerst hilfreiche juwelen ich glaube diese unterstützer der hat mich überhaupt erst kennengelernt durch die übersetzung von kodo savaki ich würde jetzt einen in die kamera halten wenn hier eine in der nähe wäre aber ich meine ihr kennt die wahrscheinlich zen ist die größte lüge aller zeiten und an dich ne also die deutsche version habe ich jetzt nicht aber hier das wäre die tschechische version die es inzwischen auch gibt der mail schreiber sagt dass die radikalen zielgerichteten erfahrungen hier musste ich ein bisschen darüber nachdenken ja warum sind die erfahrungen zielgerichtet kodo savaki ist ja berühmt dafür dass er gesagt hat zen bringt überhaupt nichts was könnte weniger zielgerichtet sein als zu sagen dass das sende nichts bringt noch nicht mal erleuchtung aber der mail schreiber empfand das als äußerst hilfreiche juwelen wirken diese doch energetisch berührend so dass ich im außen veränderungen zulassend annehmen kann wie ich dies noch nie erfahren habe und für möglich hielt hierbei bemerke ich dass ich sehr achtsam mein ego im auge behalten muss verleihen diese veränderung doch auch kraft und ansehen es war besonders dieser letzte satz den ich sehr wichtig fand es gibt ja unter den stimmen in der kommentarspalte bei meinen videos auch einige zum beispiel nietzsche freunde und ich weiß nicht wie es euch geht wenn ihr nietzsche lesten oder wenn ihr ihn vielleicht früher mal gelesen habt mir ging es ähnlich wie dem mail schreiber wenn ihr hier darüber spricht wie ihm die sprüche vom savaki zum einen kraft und energie schenken andererseits er aber auch davon spricht dass er achtsam sein ego im auge behalten muss als ich zunächst als erstes nach antaiji kam und dann auch mit den schriften vom uchiyama roshi in berührung kam zuerst ich fand den uchiyama total wie soll man sagen ja einschläfernd fast verglichen mit der power die der kodo savaki so rüberbringt also kodo savaki könnte man sagen das ist so der red bull der spirituellen welt auch ganz was anderes als zum beispiel tik natan kodo savaki und wenn er davon spricht dass der after die sonne angucken soll klar das ist zwar übertrieben aber das gibt einem manchmal auf kraft ne aber aber man muss glaube ich tatsächlich aufpassen wie der briefeschreiber hier schreibt und ich meine dasselbe für nietzsche ne zumindest in meinem fall ne nietzsche zaratustra da fallen einem zwar schon mal auch die schuppen von den augen aber die neue veränderte welt die man da mit neuen augen sieht und das kraft und die kraft und das ansehen das kann auch gefährlich sein das kann tatsächlich gefährlich sein und es ist wahrscheinlich kein zufall dass besonders in der tradition vom kodo savaki oder in japan sagen wir savaki kodo aber spielt keine rolle ne man viele typen findet die so ein bisschen auf dem macho trip sind und letzten monat und der monat davor also im november und dezember letzten jahres da sprach ich ja auch so ein bisschen davon vom lotussutra und nicht vom lotussutra sondern vom lotussitz und dass das kein muss ist aber dass es schon einen unterschied macht dass die handhaltung auch wichtig ist und dann gab es ja auch zum teil verhaltenen widerspruch ja aber es gibt halt doch immer in der sanga manchmal so diesen unausgesprochenen psychologischen druck dass man doch irgendwie schon im lotussitz sitzen sollte und das gilt glaube ich besonders eben für die savaki tradition dass es zwar keiner sagt dass man mit beiden füßen auf dem oberschenkel sitzen muss und bewegungslos für eine ganze stunde aber irgendwie glaubt es jeder oder nicht jeder aber manche manche glauben ist manche glauben dass sie da irgendwie den savaki auf den berühmten fotos nachmachen müssen ich sitze jetzt hier wie der savaki roshi unbeweglich für eine ganze stunde und gestern beim kin hin kann man denselben fehler machen dass man sich da mit ausgestreckten ellbogen hinstellt kann mich noch erinnern aus meiner zeit als student dass mir jemand diese geschichte erzählte dass er war zum ersten mal bei einem session mit meister de shimaru und beim kin hin ging der meister de shimaru durch die reihen um sich das anzugucken wie seine schüler da gehmeditation praktizierten und er stand da wohl ein bisschen zehn zentimeter oder so aus der reihe raus und der de shimaru schubste ihn also mit den ellbogen und er flog in die ecke meinte er und das hat ihn total beeindruckt und er wusste jetzt habe ich meinen lehrer gefunden klar gibt es manchmal auch solche lebensveränderung denn begegnungen und das ist ja auch wichtig aber manchmal hängt man auch zu sehr an diesem macho gehabe und ich will jetzt auch so kin hin machen wie der meister de shimaru oder wie der meister sahaki guckt mich an guckt mein kin hin guckt mein sasen an ich sitze wie eine eins und da muss man ein bisschen aufpassen insofern in den letzten jahren habe ich auch besonders in den letzten jahren den uchiyama wieder zu schätzen gelernt ohne den kann der genuss von kodos sprüchen auch in ein bisschen gefährliche richtung gehen das ist so als würde man sich nur noch von red bull ernähren wollen ab und zu ist eine ausgewogene mahlzeit vielleicht auch nicht schlecht ne ja so viel zu dieser mail eine sehr erwachsene stimme die ich da glaube gehört zu haben ne und es freut mich natürlich zu hören dass auch in anderen traditionen in denen zum beispiel mehr wert gelegt wird auf erleuchtung ähm oder auf bodygeist und achtsamkeit äh leute mit gewinn äh savaki lesen und da tatsächlich auch juwelen entdecken andererseits habe ich die hoffnung dass besonders in der tradition von savaki ähm die leute genau auch diese gefahr erkennen die der mailschreiber hier erkannt hat nämlich dass ich sehr achtsam mein ego im auge behalten muss verleihen doch diese veränderung bei der lektüre der juwelen vom kodo kraft und ansehen plötzlich bin ich ein ganz anderer aufgepasst aufgepasst das gilt natürlich auch wenn man glaubt die erleuchtung gefunden zu haben aber das gilt auch wenn man plötzlich glaubt die richtige haltung gefunden zu haben endlich darf ich mal als pfeiler setzen endlich darf ich mal mit dem kiosaku rumgehen und die anderen korrigieren aufgepasst 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 okay so viel für heute worauf man bei der lektüre vom kodo savaki achten sollte bis zum nächsten mal dann vermutlich wieder im t shirt für alle die den muho lieber doch nicht in der robe sitzen sehen wollen tschüss